Diese zu erwerbende gut gepflegte Fünf-Zimmer-Doppelhaushälfte liegt in Neustadt. Das im Jahr 1995 erbaute Gebäude verfügt über drei Etagen. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Es hat vier Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 450 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 128 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 79.000 Euro. Wüstenrot Immobilien GmbH steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Nachmittag. Nachmittag. Das ist das eine coastige, Frau Mälen-Bereich. Die Wüstenot 0.15 Quadratmetern. Die Wüstenot 2.